Nach dem eindrucksvollen 4 zu 1 Sieg in Uerding steht für Marcel Bastians und seinen TVD gleich der nächste Hammer an. Die SSVG kommt zum Felberter Stadtderby an den Dahlbecksbaum. Der El Clasico von Felbert, um es mit den Worten des Stadionsprechers zu sagen. Die Gäste mit Patrick Schikowski in der Startelf beendete im Sommer seine Profikarriere beim SCVAL wegen seines Medizinstudiums und trifft heute auf seinen jüngeren Bruder Florian Schikowski. Er seit zwei Jahren beim TVD. Die leicht favorisierten Gäste starten gleich mal mit richtig Feuer in die Partie. Martemess hat hier zu viel Platz. Im Doppelpass mit Hilga, Max Martemess. Zweite Minute, der Blitzstart für die Gäste. Der TVD, mental scheinbar noch nicht so ganz auf dem Platz, lassen Martemess hier viel zu viel Platz. Der steht im Doppelpass mit Hilga, dann klar nicht im Abseits und der Abschluss ist einfach stark. Traumstart also für den neuen SSVG-Trainer Dimitrios Papas. Danach erstmal ganz viel Leerlauf. Bis auf diese Halbchance vom TVD passiert bis zur Trinkpause nämlich nichts mehr. Da erwartet Bastian von seiner Schaltzentrale Umspielmacher Schikowski natürlich deutlich mehr. Die 30. Minute. Ecke Schikowski und der landet bei die Gaetano. Draußen wird bereits gejubelt, aber das Außennetz verhindert den dritten Saisontreffer vom quirligen Mittelfeldspieler. Danach wird es erstmals ruppig auf dem Platz. Denn Glavas kommt hier gegen Diallo deutlich zu spät. Die erste gelbe Karte der Partie. Die Hausherren kommen jetzt immer besser ins Spiel. Schikowski, schöner Steckpass für Kluft. Der Ex-Profi testet nach 36 Minuten Keeper Lenz. Nur eine Minute später. Der TVD weit aufgerückt und die Möglichkeit für die Gäste zum Kontern. Mit Diallo, Schikowski, Zuckerpass und Diallo vergibt kurz vor der Pause die Riesenchance aufs 2 zu 0. Knappe Pausenführung also für die SSVG und während die meisten Spieler schon auf dem Weg in die Kabine sind, wird auf dem Platz gleich mal Fehleranalyse betrieben. Papas musste Innenverteidiger Duschke bereits in Halbzeit 1 verletzungsbedingt rausholen. Bastian reagiert mit dem jungen Leon Bachmann zur Pause erstmals. Er ersetzt den gelb vorbelasteten Glavas. Rein in Durchgang 2. Und er startet erstmal wenig ereignisreich. Bis zu dieser Chance von Robin Hilger. Schöne Ballkontrolle, aber der Abschluss ist dann zu wenig. Auf der anderen Seite die Hausherren. Mit Korsten. Schöne Flanke für Brauer. Timo Brauer, einer von zahlreichen Ex-Profis auf dem Platz, kam im Sommer von den Sportfreunden Lotte. Der TVD jetzt mit seiner besten Phase. Kluft mit deutlichen Geschwindigkeitsvorteilen gegen Urban. Hat das Auge für Fagasinski. Frecher Tunnler. Aber Erwig Drüppel ist gegen den umtriebigen Linksverteidiger so gerade noch zur Stelle. Papas unzufrieden jetzt mit seinem Team, das immer passiver wird. Wir springen bereits in die 79. Minute. Der eingewechselte Oteng Ajay mit einem kleinen Tänzchen auf der Außenbahn. Für Fagasinski. Und in der Mitte Adi Belli. Der eingewechselte Youngster kam im Sommer aus der Jugend von Fortuna Düsseldorf mit der Riesenchance zum Ausgleich. Zwei Minuten später. Mal wieder die SSVG. Mit Dialo. Die Situation scheint durch. Remo hakt nach. Ist dann aber zu eigensinnig. Dann ein Schockmoment für die Gäste. Keeper Marcel Lenz muss behandelt werden. Und nach kurzer Zeit steht fest, es wird für ihn nicht weitergehen. Er wird ersetzt durch Gomoloch. Der TVD drückt jetzt natürlich nochmal richtig. Die 88. Minute. Und Oteng Ajay hat mal ne Idee. Zentimeter vorbei am perfekten Sonntagsschuss. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. 90 plus 2. Nochmal Leon Bachmann. Ersatzkieber Gomoloch pariert sensationell und hält damit den Sieg für die SSVG fest. Ein extrem umkämpftes und ausgeglichenes Derby endet also mit einem knappen 1 zu 0 Erfolg für die Blauen aus Fellbach. Die können sich also für die Hinrunde schon mal Derbysieger nennen. Enttäuschung natürlich bei den Hausherren. Die Stimmen der Trainer zum Spiel bei uns am Mikro. Wir machen das Tor so schnell. Erste Minute. Gehen wir direkt in Führung. Bei den Wetterbedingungen haben wir auch mit gerechnet, dass auf einmal dann irgendwann alle müde wären. Das war jetzt danach zum Schluss ein Hin und Her. Ja, wir haben sehr gut verteidigt. Wir haben fast kaum was zugelassen außer diese Ecken und Stocherbälle. Und ja, also Fernschüsse, was auch dazugehört. Wir haben uns dann hinten fahren lassen. Ja, und wir sind am Ende, sage ich mal, ja nicht glücklich. Beide wussten, dass es ein 50-50-Spiel wird. Ja, wir haben das Spiel gewonnen und da sind wir sehr glücklich. Also, dass unser Matchplan natürlich von Anfang an schon so ein bisschen über den Haufen geworfen wird. Wenn wir nach zwei Minuten mit 1 zu 0 zurückliegen, ist natürlich schon ärgerlich. Die Jungs mussten da auch kräftig nochmal durchatmen. Wir sind in der ersten Viertelstunde gar nicht richtig gut ins Spiel gekommen. Danach haben wir es dann besser gemacht. Da haben wir den Gegentreffer dann schon besser verkraftet. Aber letztendlich muss man dann sagen, nach diesen 15-20 Minuten sind wir besser ins Spiel gekommen, haben auch ein, zwei Torschancen in der ersten Halbzeit. Und wenn man dann die zweite Halbzeit sieht, sind wir, glaube ich, deutlich besser im Spiel und hätten eigentlich auch das 1 zu 1, glaube ich, auch verdient gehabt. Mit den Chancen auch zum Ende hin wäre das, glaube ich, auch gerecht gewesen. Die SSVG bleibt also weiterhin ungeschlagen und klettert auf Tabellenplatz 3.